Ein Produkt, das wollen wir Ihnen jetzt mal etwas näher präsentieren, unseren Trio-Therm M. Sie wissen, dass das Thema Dämmung war und ist in aller Munde und auch wir, unsere Entwickler, haben dieses Thema aufgegriffen, und zwar mit dem Trio-Therm M, einen rein mineralischen Leichtputz mit hochwärmedämmenden Eigenschaften. Der Name sagt es im Prinzip schon, Trio, also Tri 3. Was ist das Grundprinzip dieses Produktes? Wir haben uns an der Natur orientiert, denn was dämmt eigentlich besser als Luft? Die Kunst ist es letztendlich nur, diese Luft quasi in ein stabiles Gefüge zu bringen, in einen Baustoff, in einen Putz, sodass er seine hochwärmedämmenden Eigenschaften entsprechend entfalten kann. Wie machen wir das? Drei Bausteine. Wir haben einen innovativen Luftporenbildner, das heißt, wir haben einen Luftporenanteil von bis zu 75 Prozent. Wir haben ein hybrides Bindemittel eingesetzt, das quasi dieses stabile Putzgefüge bewerkstelligen kann. Und last but not least haben wir einen Leichtzuschlag, der auch die gewisse Ergiebigkeit, die gewisse Leichtigkeit für dieses Produkt mitbringt. Ja, rein mineralisch habe ich gesagt, biozidfrei, völlig ohne EPS. Wir haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,055, also ein exzellenter Werk für ein mineralisches Produkt. Ich habe es eben gesagt, wir haben auch ein innovatives Bindemittel, was hier zum Einsatz kommt. Wir haben heute insgesamt vier Vorführungen und wir werden diesen Putz jetzt quasi in mehreren Schichten auftragen. Und ein besonderes Merkmal, das sind auch die sehr kurzen Standzeiten. Das heißt, wir haben zwischen den einzelnen Auftragsgängen zwei Stunden nur Wartezeit, zwei Stunden Standzeit, sodass wir am Ende des Tages auf eine Schichtstücke von circa 10 bis 12 Zentimetern kommen werden. Das heißt, auch für Sie als quasi Verarbeiter, als Anwender, sehr viel Tagesleistung. Sie brauchen also in der Regel nicht am nächsten Tag nochmal auf die Baustelle fahren, sondern können entsprechend ja auch eine sehr hohe Schichtstärke an einem Tag fertigstellen.